Ein Fiat Fremont steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen 5-türigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 77.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Wenn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachreiling, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 170 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.